Hallöchen, liebe Bücherfreunde und auch liebe Filmfreunde, denn heute soll es in diesem Video um Dune oder Dune gehen, je nachdem, wem man in der Aussprache Glauben schenken möchte. Ich war im Kino. Ein Film, auf den wir ja eigentlich über ein Jahr gewartet haben, ist endlich in den Kinos angelaufen. Start war jetzt am 16. September bei uns, gab es schon die Vorpremiere, am Mittwoch zuvor am Abend und ich war endlich mal wieder im Kino. Wer es vielleicht nicht weiß, ich bin ein großer Filmfan, ich bin ein großer Kinofreund vor dem großen C. Ja, bin ich so ein bis zwei, drei Mal im Monat im Kino gewesen, je nachdem, was für ein Film irgendwie gelaufen ist. Es gibt natürlich immer Monate, da kommt mehr raus, Monate, wo weniger Neuerscheinungen war. Ich bin ein sehr großer Fan und Filmfan und habe es sehr genossen, nach über einem Jahr endlich mal wieder ins Kino zu gehen. Man merkt natürlich manchmal auch erst, dass man etwas vermisst hat, wenn man es denn wieder hat und das war definitiv ein Gefühl, was ich wieder großartig fand. Einfach da zu sitzen, die große Leinwand vor einem, der tolle Sound und dann sitzt man wirklich wie so ein Kleinkind da und ist begeistert und erfreut und taucht einfach in diesem Fall für über zweieinhalb Stunden ab. Ich habe das sehr, sehr genossen und jeder, der Kino liebt, der gerne ins Kino geht, der kann das bestimmt nachvollziehen. Und mein letzter Film war letztes Jahr ja Tenet, auch ein Highlight-Film. Und es ist einfach was anderes, so einen Film im Kino zu sehen, als dann eben auf dem Fernsehen oder je nachdem, wo man sich dann auch meinen Film anschaut. Und ja, es wurde Dune, ich würde jetzt immer Dune sagen, weil ich das irgendwie in meinem Kopf so abgespeichert habe, ist ja ein Science-Fiction-Film des kanadischen Regisseurs Danny Villeneuve, von dem wir ja auch einige andere Filme kennen, unter anderem Blade Runner 2049, 48, irgendwie sowas. Aber auch tatsächlich noch einiges andere und was ich auch gesehen habe und ich bin jetzt nicht der größte Kenner von Regisseuren, welche Filme, ich meine natürlich gibt es einige, wo man das runterbeten kann, aber er ist mir auf jeden Fall kein unbekannter Name. Der Film sollte ja eigentlich schon 2020 in die Kinos kommen. Aus bekannten Gründen hat es sich verzögert und umso froher bin ich, dass wir ihn jetzt haben. Bei Dune handelt es sich um eine Buchverfilmung von Der Wüstenplanet von Frank Herbert aus den 50er, 1950er Jahren, wenn ich mich nicht irre, oder war es Anfang der 60er Jahre, irgendwie so. Und ich kenne Dune, ich kenne bereits die David Lynch-Verfilmungen aus den 1980er Jahren. Ich habe die damals mal irgendwann auf Kassette gesehen, ich habe, glaube ich, sogar die DVD hier. Ich muss aber sagen, dass ich das sehr schräg, sehr schrill fand und irgendwie okay, aber es war schon sehr drüber. Also das ist so meine Erinnerung dran, die aber bestimmt auch schon über 20 Jahre irgendwie her ist. Die Fernsehverfilmung kenne ich tatsächlich nicht, habe nur Ausschnitte gesehen und dachte dann, naja, das muss man, glaube ich, vorher nicht unbedingt gesehen haben. Ich habe mir letztes Jahr das Hörbuch geholt. Tatsächlich habe ich mich lange dagegen gesträubt, diese Reihe anzufangen, weil sie ja so episch sein soll, wie es eben Der Herr der Ringe in der Fantasy-Welt ist. Und ich weiß gar nicht, irgendwie bin ich da immer so drum herum geschlichen, habe es dann auch mal wieder für drei, vier Jahre vergessen, dann ist es mal irgendwie wieder aufgeblitzt. Und letztes Jahr habe ich das Hörbuch begonnen und ich nenne es jetzt ganz positiv, ich habe es pausiert. Ich bin nicht in die Geschichte hineingekommen, ich bin überhaupt nicht damit zurechtgekommen und kann aber so viel verraten, dass der Film in mir ausgelöst hat, dass ich unbedingt das Buch lesen möchte. Denn der Film, und das muss einem, glaube ich, bewusst sein, wenn man ins Kino geht, ist nur Part 1. Das heißt, das Buch wurde in zwei geteilt und gefühlt wirklich in der Mitte wurde es beendet. Das heißt auch, dass die ganze Dramaturgie, auch natürlich der Spannungsbogen, den es in einem Buch gibt oder in einem kompletten Werk ein bisschen verschoben ist, weil es eben nur die erste Hälfte eines Buches ist. Ich glaube, in der Buchreihe gibt es fünf Hauptteile, die von Frank Herbert für diesen Kanon sozusagen auch geschrieben wurden. Es gibt viele Nebengeschichten, Geschichten, die davor spielen, die Legenden erzählen und so weiter. Also es ist ein riesen Universum. Ich glaube, ich möchte mich da auch irgendwann mal noch irgendwie so drauf einlassen. Aber es soll ja eigentlich um den Film gehen. Aber so viel ein bisschen zu meiner Vorgeschichte. Es wird hier eben kein Buch-Film-Vergleich, weil mir da eben einfach das Buch fehlt. Und ich glaube, tatsächlich auch sehr, sehr froh bin. Denn ich muss hier wirklich sagen, ich bin froh, dass ich in den Film gegangen bin, obwohl mich das Buch nicht so hart packen können, weil der Film, und es gibt eigentlich nur ein Wort dafür, episch ist. Also nicht nur, dass überhaupt diese Kino-Erfahrung, dieser Kinobesuch wieder richtig toll war. Der Film war einfach der Hammer. Also es fallen mir nur Superlativen zu diesem Film ein. Von der Story über die Schauspieler auf die Musik, auf den Schnitt, auf wie das erzählt wurde. Es war einfach fantastisch. Wer jetzt gar nicht weiß, um was es in Dune geht, wir sind hier in einer fernen, fernen Zukunft. Wie gesagt, es ist ein Science-Fiction-Klassiker. Es gibt einen Imperator, der herrscht. Es gibt eine Vorgeschichte dazu. Die kann man auf jeden Fall sich auch erlesen. Eines Tages ist es eben so, dass der Herzog Leto Atreides die Verwaltung des Wüstenplaneten Arrakis übernimmt. Also von Dune. Das ist der einzige Planet in dieser Zukunft, der im Grunde die Ressource Spice liefert. Und das ist die wertvollste Substanz im Universum. Ja, kommt einem, glaube ich, ganz gut bekannt vor. Diese Substanz wird unter anderem auch Melange genannt. Und ist eine Droge, die das Leben verlängern kann, übermenschliche Gedankengänge auch im Grunde in Gang setzt, aber eben auch die Navigation durch das Universum ermöglicht. Denn so ist eben auch interstellares Reisen möglich und auch viel schneller möglich. Und obwohl hier unser Herzog Leto eben genau weiß, dass diese Gelegenheit eine komplizierte Falle vom Imperator sein wird, die ihm auch von seinen weiteren Feinden gestellt wurde, nimmt er diese Aufgabe an, reist zusammen mit seiner Geliebten, sie sind definitiv nicht verheiratet, mit seiner geliebten Lady Jessica, die unter anderem auch zu den Bene Gesseriten gehört, was so eine Art Magierinnen-Gilde ist. Also ich würde sie nicht als Hexen bezeichnen, aber wahrscheinlich so Magierinnen, die eben auch an Vorhersehungen und ähnlichen Glauben und eben auch eine gewisse Magie wirken können. Und mit seinem Sohn und auch erben Paul diese Reise an und haben natürlich auch vertrauenswürdige Berater mit dabei, ihren ganzen Stab dabei und sie verlassen ihren Heimatplaneten und landen dann eben auf Arrakis. Und dort wird ihnen dann auch so ein bisschen bewusst, dass sie da wahrscheinlich ihre Aufgabe gar nicht so erfüllen können, wie es der Imperator von ihnen erwartet, besonders was eben diesen Abbau des Beis betrifft. Es gibt riesige Sandwürmer und die muss man einfach total positiv auch erwähnen, die sehr gefährlich sind auf diesem Planeten. Und dann führt eben auch ein bitterer Verrat dazu, dass die Fremen, die Eingeborenen von Arrakis, die dort eben leben, dass die eben auch noch eine Rolle spielen. Also wie ihr merkt, es gibt viele Begrifflichkeiten, die es nicht aus unserer Welt gibt. Also sei es eben, wie die Planeten heißen, wie die Einwohner heißen, Sandwürmer gibt es zum Glück auch auf unserer Welt nicht. Aber es gibt Dune, es gibt Weiten, es gibt Wüsten und die ist einfach nur großartig gemacht. Es ist keine klassische Science Fiction, wo man ja im Grunde sagt, dass man viel Technologie hat, dass viele Neuerungen sind, dass man viele Konflikte hat. Natürlich gibt es die hier auch. Es wurde im Vorhinein mal benannt als eine Mischung aus Herr der Ringe und Game of Thrones mit einer Brise Star Wars. Und ich glaube, dass dieser Vergleich tatsächlich ganz gut ist, weil man so aus diesen Game of Thrones diese Konflikte hat, diese Streitigkeiten, auch diese Intrigen, die es gibt. Es ist so episch und groß und eine neue Welt, wie man es aus dem Herrn der Ringe kennt, aus Mittelerde kennt. Und wir haben eben auch so diesen Planetenteil sozusagen, den wir eben auf Star Wars kennen. Und es heißt ja auch, dass Josh Lucas sich eben von diesen Büchern inspirieren hat lassen für seine Star Wars Geschichte. Und ich hatte so das Gefühl, dass man das tatsächlich an mancher Stelle so ein bisschen merkt, weil man immer mal denkt, oh, das kommt mir doch so von Star Wars bekannt vor. Ich bin überhaupt kein Star Wars Mädchen. Also ich habe da so ein paar der Teile geguckt, war aber nie mal eine Welt. Aber es ist natürlich genau umgekehrt. Also definitiv war der Wüstenplanet Dune im Grunde vorher da. Und ich finde das aber schön, wie man diese verschiedenen Sachen so ineinander verwoben eben jetzt in einem Werk betrachten kann. Und es ist eben eher der Fokus darauf gelegt, auf einzelne Charaktere, auf diese klassische Heldenreise, wie man sie auch kennt. Und jetzt bin ich natürlich überhaupt kein Filmkritiker und möchte mir das auch gar nicht irgendwie aneignen. Ich rede hier wirklich einfach nur als Zuschauer, der einfach nur über diesen geilen Film sprechen möchte. Und ich weiß, dass geil auch kein Wort ist, das viele mögen. Aber neben episch und großartig und fantastisch ist eben geil wirklich was, wo ich denke, wenn ich an manche Szenen denke, dann ist eben genau dieses Wort das, was mir da einfällt. Der Film ist freigegeben ab 12. Das finde ich auch absolut in Ordnung. Geht knapp zweieinhalb Stunden. Und ich fand da keine Minute zu lang. Überhaupt nicht. Also ich saß da wirklich gebannt drin und habe jede Sekunde sehr, sehr genossen. Der Film ist wirklich groß. Er ist für die Leinwand gemacht. Wir bekommen wahnsinnig tolle Bilder. Und was mir besonders gut gefallen hat, und da kommen wir auf den grandiosen Schnitt, ist, dass wir manchmal einfach einen Moment länger in einer Seele bleiben durften. Und einfach, man merkt, irgendwie so im Nachgang, man hätte vielleicht auch früher den Schnitt machen können, aber wir dürfen diesen Moment genießen. Wir haben wunderbaren Charakteraufbau, egal ob wir hier über den Herzog sprechen, zu seiner Beziehung, zu seiner Geliebten oder zu seinem Sohn oder auch wie die miteinander umgehen. Wir haben verschiedene Berater und auch Kämpfer, die eben einfach so eine Szene bekommen und man da direkt so merkt, da ist eine Verbundenheit. Einfach, weil wir einen Moment länger bei diesen Charakteren verbleiben. Dialoge erleben dürfen, die ich richtig toll fand, die die Nähe der Personen zeigt, natürlich dann auch die Intrigen, die Streitereien, natürlich auch das absolut Böse, was wir hier haben von den Harkonnen, die auch definitiv dargestellt werden, dass sie eben, also wir haben hier wirklich ein klassisches Gut und Böse. Es gibt im Film nicht viel dazwischen. Und wenn wir dann eben auch noch auf die Fremen kommen, wie die dann nochmal optisch dargestellt werden, das fand ich großartig. Es war ein wahnsinniges Bild. Es war die Wüste wunderbarst gezeigt. Die Weiten, wie die Entfernungen sind, wie die Kulturen sind, die Menschen sind, auch wunderbarst unterlegt von der Musik von Hans Zimmer. Einfach nur bombastisch. Und es hat einfach so perfekt gepasst. Also selten tatsächlich so einen perfekten Film gesehen, der mir die Handlung näher bringt, die Geschichte, wir ein Voice-Over haben, was eben auch so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte erzählt, uns auch mal eingeblendet wird, wo wir gerade sind. Ich fand das wirklich super clever gemacht. Ich fand das so toll, dass wir eben dieses Bild hatten, mit dieser Musik, mit diesen Schauspielern, dass wir die Zeit bekommen haben, uns einzufinden, obwohl die Geschichte, die dann eben anfängt von Paul Atreides, wirklich eine Geschichte ist, die sehr schnell zu Beginn erzählt wird. Also wie schnell wir den Planeten verlassen, auf Dune landen, uns Dune anschauen und so weiter. Ich fand, das ging richtig schnell. Aber wir hatten wirklich einfach Zeit und sind immer ein Mü länger in Szenen geblieben, in Ansichten, in der Totalen, als es wahrscheinlich nötig gewesen wäre. Ich fand, das hat Villeneuve einfach perfekt gemacht. Und das ist echt der Hammer. Also wie das alles in Kombination miteinander wirkt, war einfach gigantisch gut. Und ich saß wirklich staunend manchmal in diesem Kino. Und ich glaube, dass ich das letzte Mal tatsächlich so ein Gefühl hatte, als ich im Herrn der Ringe saß, wo mir diese Fantasy-Welt, die ich ja zuvor schon über zehn Jahre geliebt habe, Herr der Ringe ist ja auch schon 20 Jahre her, oh mein Gott. Ja, aber es kommt auf jeden Fall hin, dass ich zehn Jahre vorher die Bücher das erste Mal gelesen habe und wie sich mir diese Welt erschlossen hat. Und ich glaube, ich saß hier in Dune tatsächlich auch so sprachlos und perfekt begeistert davor und dachte mir, wow, was wird mir hier für eine Welt geöffnet. Und natürlich auch im Nachgang, wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat, denkt man sich auch, wenn man an die ersten Folgen von Das Lied von Eis und Feuer von Game of Thrones denkt. Auch da habe ich die Bücher nicht gekannt und bin in die Serie eingestiegen und ich möchte diesen Vergleich tatsächlich ziehen. Auch da saß ich in diesen ersten Folgen und wenn man da an das Zeigen der Charaktere denkt, also wie die Charaktere in der ersten Staffel eingeführt wurden und auch diese Zeit sicher genommen wurden, die ja am Ende irgendwann abgelaufen ist, die Zeit und weggelaufen ist, das war ja in der ersten Staffel noch ganz anders. Und dieses Gefühl des Ankommens mit Dazukommens und eingesogen werden, das hatte ich hier bei Dune definitiv auch. Und das war wirklich gigantisch, episch und toll. Und ich finde, dass der Film sich hinter diesem Vergleich gar nicht verstecken muss, sondern wirklich selbstbewusst heraustreten kann und eben sagen, was der Herr der Ringe und auch das Lied von Eis und Feuer für die Fantasy ist, ist Dune für die Science Fiction. Und man darf hier wirklich nicht eine Science Fiction erwarten, wie, dass wir in den Weltraum fliegen, dass wir wie Interstellar unterwegs sind oder Inception oder dass wir alles total modern haben, wie in der Matrix. Das ist eine andere Fiktion, die ich aber gigantisch finde, weil sie eben diese Geschichte erzählt und das wirklich auf bombastische Art und Weise und mich wirklich dazu bringt, es wird jetzt wohl nicht mehr viel fehlen, da werde ich mir zumindest das E-Book holen und ich einfach nochmal mit dem Buch anfange, wo man jetzt eben einfach vielleicht auch schon Bilder im Kopf hat und es einfach, glaube ich, vielleicht leichter ist, jetzt in diese Geschichte einzusteigen. Zudem endet ja der Film, wie gesagt, mittendrin und irgendwie möchte ich schon wissen, wie geht es weiter und wer weiß, ob es hier einen zweiten Teil gibt. Also es wird zwar jetzt gesagt, dass man eben mit 2022 mit der Weiterverfilmung erstarten möchte, aber ich möchte das schon wissen. Ich möchte, und das habe ich sehr, sehr selten im Kinos, ich wollte direkt danach gleich nochmal den Film anschauen. Also ich bin aus dem Film auch wirklich raus und dachte, wahnsinnig geil und am nächsten Tag dachte ich eigentlich, du musst ihn dir nochmal ansehen. Es gibt ihn wohl auch in 3D, ich habe ihn jetzt ganz normal in 2D geguckt, er ist aber nicht für 3D gefilmt, das heißt, es wird wohl jetzt auch keinen so großen Vorteil geben, den in 3D zu sehen, aber ich liebe Eugl durchaus nochmal, mir diesen Kinofilm anzugucken und auch im Kino anzusehen, vor dieser wahnsinnig tollen Leinwand mit diesem tollen, bombastischen Sound. Denn Hans Zimmer, der kann Filmmusik und der kann die wirklich mit am besten und das ist einfach auch nur großartig, wie sich hier die Szenen von der Musik auch untermalen lassen. Bombastisch. Ich möchte auch noch ganz kurz auf den Cast zu sprechen kommen, nicht weiter sehr, also es sind natürlich große Namen dabei, zum Beispiel wird der Baron Harkonnen von Stellan Skarsgård gespielt, einfach nur bombastisch gut. Es ist auch dabei Jason Momoa, da war ich total überrascht und dachte, Mensch, der spielt hier einen Krieger, einen Kämpfer und ich dachte, Mensch, der ist ja auch mal rasiert, unglaublich und wenn man ihn gefühlt nur als Aquaman kennt oder eben aus Karl Drogo aus Game of Thrones, das ist natürlich ein ganz anderes Bild, was hier war und man hat auch so einen Bezug direkt zu den Charakteren bekommen. Wir haben Javier Bardem, der ja auch eine Rolle spielt, die sehr speziell ist und er das einfach nur großartig macht. Wir treffen auf Josh Brolin, den man ja durchaus auch aus Actionfilmen und ähnlichem kennt. Man kennt auch Zendaya, die hier jemand, ein Mädchen aus dem Främenbereich spielt, die ich wunderschön fand, wie auch ihr Gesicht in Szene gesetzt wurden, ihre Augen, wie sie da einfach mit der Wüste auch verschmolzen ist. Richtig, richtig toll. Und dann kommen wir zu, ich glaube, tatsächlich den zwei, drei wichtigsten Charakteren. Wir haben Oskar Isaac, der eben den Herzog Leto Adreides spielt und mir hat der Schauspieler vorher nicht so viel gesagt, aber ich fand, er war perfekt. Also ich fand den seinen Mimik einfach nur großartig. Ich mochte ihn als Vater von Paul Adreides wirklich super, super gerne und nicht, dass ich eine Vorstellung aus dem wenigen, was ich von dem Buch kenne, im Kopf hatte, aber ich fand ihn wirklich toll besetzt. Also man nimmt ihm die Rolle des Herzogs ab, des Vaters ab, des auch Geliebten sozusagen und auch einfach so des Herrschers und eben der, der sich sehr bewusst ist seiner Rolle, die ihm hier jetzt zuteil wird. Und ich fand, das hat er bombastisch gut gemacht. Auch Lady Jessica, gespielt von Rebecca Ferguson. Oh nein, ich habe mir die Namen nicht auswendig studiert. Ich habe mir natürlich für die Namen Notizen gemacht. Wer sich jetzt fragt, ja, also das ist nicht alles in meinem Kopf. Das funktioniert auch nicht. Ja, Rebecca Ferguson kennt man unter anderem aus The Greatest Showman und ich saß auch in diesem Film und dachte, die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich und ja, man kennt sie und ich fand die auch bombastisch. Ich mochte, wie sie so diese zarte Mutter zum Teil einfach war, wie sie auch diese Geliebte war, diese Stütze für ihren Mann oder sie ist ja nur die Geliebte, sie sind ja nicht verheiratet und dann aber auch diese Bene Gesserit war, diese Magierin mit dieser Vorstellung, dass es hier eben irgendwie einen Messias gibt, dass es den Auserwählten gibt und der eben ihr Sohn ist, wegen besonderen Konstellationen und das hat sie bombastisch gemacht. Also ich mochte auch wirklich diesen Wechsel, wie sie eben gerade, wer sie gerade war, in welcher Rolle sie war und wie sie eben auch so ein bisschen diese zartere Mutter und Geliebte war, aber eben auch diese starke Kämpferische, das hat die bombastisch gut gemacht und besonders hervorheben möchte ich Timothy Chalamet, ich hoffe, man spricht ihn so aus, der eben Paul Atreides gespielt hat, den Erben und auch, ja, der scheinbar Auserwählte, der eben als Messias daherkommt und Wahnsinn, der Junge ist 25, 24, spielt jemanden deutlich trotzdem Jüngeren und man nimmt ihn diese Rolle des 16, 17-jährigen Paul Atreides absolut ab. Ich finde sein Gesicht perfekt, ich finde wahnsinnig, was für eine Kraft in diesen Augen steckt und nicht umsonst hat er, soweit ich weiß, eine Oscar-Nominierung gehabt und gilt als die Zukunft Hollywoods und das glaube ich tatsächlich auch. Ich war, ich habe auch direkt wieder Gänsehaut, ich habe da drei, vier Szenen im Kopf, die mich auch so berührt haben und ich so da drin mit dabei war und wirklich dachte, wie geil ist dieser Typ und wie bringt er diese Rolle rüber und er hat mich einfach gefesselt und mitgenommen und das könnte man jetzt auch zweideutig auslegen, es war einfach fantastisch. Also der Cast, wirklich der Wahnsinn und auch wie wunderbar man wirklich diese Geschichte erzählt hat, wie man Dinge erklärt hat, wie man Bilder gezeigt hat und es war einfach Hammer. Also ich bin wirklich begeistert, es war wirklich episch, es war großartig, es war perfekter Film, es war ein perfektes Kunstwerk und ja, also es kitzelt sehr in den Fingern, mir das Buch doch einfach nochmal zu holen in einem anderen Format und einfach zu sagen, ich lese jetzt und vielleicht ist das Lesen einfach hier der bessere Weg als das Hören. Es gibt es ja auch andersrum, warum soll es nicht auch mal so sein und ich bin wirklich, also ich war wirklich im Kino, es gab Momente, da war ich wirklich staunend davor gesessen, allein wenn die Sandwürmer kommen, an dem wohl ein Jahr gearbeitet wurde, es war einfach toll. Es war einfach toll. Und wenn ich irgendwie etwas kritisiere an diesem gigantischen Film, dann ist es, dass er einfach nur zweieinhalb Stunden geht und dass er mittendrin endet. und vielleicht ihm manchmal die epischen Zitate fehlen, wobei da auch einiges Gutes dabei war, aber ja, also es war einfach, also es sind 99% und es ist wirklich mit perfekt und ich habe das echt, also ja, ich habe das sehr genossen, sehr geliebt und es könnte tatsächlich wieder etwas Großes sein, was einen über Jahre irgendwie immer wieder begeistern und fesseln wird und es wurde Zeit, dass es sowas gibt. Und ich quatsche schon eine halbe Stunde, oh mein Gott, ja, aber ich bin echt begeistert und wollte das einfach hier zum Ausdruck bringen, nicht als Buch-Film-Vergleich, das war ja ursprünglich mal mein Plan, aber dazu fehlt mir eben einfach das Buch. Ich habe auch ganz bewusst jetzt in den letzten Tagen noch keine Meinungen zu dem Film mir angeguckt. Ich habe nur mal so ein, zwei Vorab-Videos geschaut, wo es so um die Vorgeschichte zu Dune geht, unter anderem bei Cinema Strikes Back. Jonas ist ja hier auch ein totaler Dune-Fan und hat hier Hintergrundgeschichten erzählt, also wie es überhaupt dazu kam, dass es zu Dune, zu dieser Geschichte im Wüstenplaneten kommt. Das fand ich super spannend und hat definitiv auch ein bisschen geholfen, da reinzukommen. Aber ich finde, man muss nicht das Buch kennen, man muss wahrscheinlich auch nicht die Vorgeschichte kennen, man kann sich da einfach begeistern lassen und ich, ja, ich fand ihn einfach toll. Also, episch ist einfach so das Wort, was mir einfällt und so habe ich mich eben auch zum Beispiel nach dem Herrn der Ringe gefühlt. Also, genauso, oder auch wenn ich an eine Matrix denke. Also, das sind so Filme, die einem eben in Erinnerung bleiben und die etwas ganz Großes in einem sozusagen machen und das hat Dune für mich absolut geschafft und ich hätte direkt einfach nochmal drei Stunden den zweiten Teil sozusagen mir im Kino angeguckt und vielleicht so nach einer kurzen Toilettenpause, aber ja, ich freue mich jetzt, nachdem ich meine Gedanken losgeworden bin, auch auf die Meinungen von vielen anderen Kinofilmkanälen, die, denen ich verfolge, da die Meinungen zu hören und ich hoffe, dass der Film gut wegkommt und ich jetzt nicht die Einzige bin, die da so begeistert Töne von sich gibt, aber es ist eben ähnlich wie bei Büchern und Rezensionen, wenn ich genau weiß, ich lese dieses Buch, schaue ich mir halt vorher auch keine Rezensionen an, das mache ich dann eher eben im Nachgang beziehungsweise schaue ich Rezensionen nur vorab, wenn ich noch nicht so richtig weiß, ist das Buch was für mich. Da ich aber wusste, dass Dune was für mich sein wird, ja, habe ich da jetzt auch keine Meinungen, ja, die durften ja oft schon in die Pressevorstellungen und so und ach, das hätte ich vielleicht eine Woche vorher auch cool gefunden, wobei ich fand auch schon die Vorpremiere cool und überhaupt, ja, also ich habe jetzt, glaube ich, genug geschwärmt, ich bin sehr gespannt, ob ihr das Buch kennt, ob ihr euch den Film anschauen wollt, ob ihr den Film schon gesehen habt, jetzt, wenn das Video hochgeladen wird, ist ja fast schon eine Woche mehr oder weniger vergangen oder so eine halbe Woche, ob ihr euch den am Startwochenende angeguckt habt, wie fandet ihr den, lasst uns möglichst spoilerfrei in den Kommentaren quatschen, auch wie ihr die Buchreihe vielleicht findet, weil es werden ja bestimmt auch, ja, Leserschaften hier unter den Zuschauern sein und, ja, lasst uns da gerne ein bisschen quatschen, ich würde mich da mega über den Austausch freuen und, ja, einfach ein grandioser Film, richtig, richtig, richtig toll, genug gequatscht, ich hoffe, dass euch jetzt auch dieses Filmvideo, wenn es auch kein echter Filmvergleich war, gefallen hat und ich einfach mal meine Gedanken hier auch loswerden konnte, durfte, wie auch immer und danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video, macht's gut, tschüss, eure Steffi. und bis zum nächsten Video,